Wann haben wir da rocken, weil die Sommerson sie mocht, Fenstern hat nur Donnern Sinn, wenn's fett. Einen wunderschönen guten Morgen! Frühmorgen! Wir sind heute in Kempten, und wir haben heute was Wahnsinniges vor. Und zwar machen wir ein Shooting, aber nicht ein normales Shooting. Wir ziehen blank. Es ist sehr lustig und sehr kalt, das sieht ihr jetzt nicht, aber es ist gerade so kalt. So, wir machen Fotoshooting, wir ziehen blank. Und zwar geht der Erlös, spenden wir für einen guten Zweck. Es ist morgen früh, ich kann nicht reden, aber so ist es nämlich. Der Schweizer hat gesprochen. Wir singen hey, 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 wir singen ho, ho, ho. Jolli, dolli, 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 ho. Weh, weh! Hallo, hallo! Wir weißt schon, wer das Seher einspringt. Ja. Nach der Regel, komm, den packen wir jetzt! Sag nicht! Ja! Drei! Zwei! Ja! Hu! 1000 Saar! Wir haben schon mal ein Bild gesehen, es war so geil. Auf geht's, Freunde. Meine Wellen sind so hart als mein Workpool, so wie ich mir das vorstelle. Es könnte auch wieder dezent kalt werden, aber nur die Harten kommen in den Garten. Und dann sind wir ins Fenster auf wie morgst. Sterne siehst du nur, wenn du die aussiehst. Und hier ist Sam das, was du morgst. Besorgt euch diesen Kalender, es lohnt sich echt. Und wir freuen uns, diesen Felder endlich mit euch teilen zu können. Also, wir haben einen schönen Tag. Servus. Geil ist es geworden. Richtig geil. Wir freuen uns, zusammen. Wir mettre den Wort ab. Wir werden noch die Googlers zucias aceitigen. Wir sehen uns selbst würden. then ist die closely Rühver zu funktionieren. VAN keys zuhaven.